Ab ins Bundesliga-Buffet. XGs, heiße Spieler-Picks und Volltreffer. Let's da go! Ich bin Kessem, euer Liga-Anzeiger und ich hab mega Bock auf den dritten Spieltag. Wir haben erstmal keine Ländership-Pause mehr. Das ist vielleicht das Geilste. User-Feedback wird bei mir großgeschrieben. Wir hatten Ferdinand von Schrakenschreck, heißer Name, der hatte sich eure Picks gewünscht. Die soll er bekommen und ich hau hier noch einen Gruß raus an unseren CEO Svenno. Der hat nämlich heute Geburtstag. Also, wenn ihr dem auch nochmal einen schönen Geburtstag wünschen wollt, schreibt mal hier gerne alles Liebe, alles Gutes, Svenno, in die Kommentare und damit gehe ich ab ins Video. Ja, Svenno, bekommt er sein Geschenk von seinem Team, von seiner Borussia. Ja, die laden heute ein zum Abendspiel. Heidenheim ist zu Gast. XGs sind hier neu dabei, die seht ihr unten eingeblendet. Hab ich aus unserem Matchday-Briefing. Das gibt's heute nämlich. Und ich sag, BVB ist dominant. BVB wird hier die Kugel übers Feld führen. Nuri überrascht alle. Vielleicht guckt unsere VA-Gruppe zu. Gerasi. Ich sag, er startet überraschend. Und ich sag, der knipst auch zwei Dinger. Der macht zwei Buden und dann steht's am Ende 2 zu 0. Insider KI sagt 2 zu 1 und unsere Redaktion, die ist mit mir 2 zu 0. Spieler-Pick, den hatte sich Ferdinand. Da ist er. Den hast du dir gewünscht und den kriegst du jetzt für jede Partie. Und der kommt ebenfalls aus unserem Matchday-Briefing. Form ist nicht gut. Heidenheim lässt gegen offensive Mittelfeldspieler auch wenig zu. Deswegen ist das Match-Up auch gar nicht so gut für ihn. Aber ich glaub an ihn. Marcel Sabitzer durchbricht hier beide Pfeile durch. Und er ist mein Pick für's Spiel mit einer Assist-Garantie. Die spreche ich ihm hier aus. Nächstes Spiel Leipzig gegen ein drahtiges Union Berlin. Wie so ein Spinnnetz sehe ich die da schon engmaschig formiert. Und ich sag Leipzig. Findet zwei Lösungen. Seschko, erstes Saisontor. Runde hier gerne den XG-Wert auf für Leipzig. Ich sag 2 zu 0. Insider KI 2 zu 1. Erwartet es enger. Und Redaktion geht ein Regal höher. Greift da oben rein. 3 zu 0. Mein Pick aber. Der kommt von Union Berlin. Frederik Renaud. Die dänische Katze. Hat eine super Form. Hat ein super Match-Up. Ich glaub, der wird viel aufs Tor bekommen. Beide Pfeile sind hier auch grün. Zeigen nach oben. Und ich glaub, der wird sich auszeichnen. Fünf Paraden rechne ich ihm aus. Und die wird er abfeiern. Und damit feier ich mal das nächste Match-Up ab. Hier mit meinem Trikot auch. TSG gegen Leverkusen. Horror Match-Up. Für alle Hoffenheimer. Neu formierte Abwehr. Und da kommen die Schabi-Jungs um die Ecke. Nach einer Niederlage. Ich weiß von den Bayern. Wenn die damals auf die Mütze bekommen haben, dann sind die immer mega heiß gewesen. Und ich spüre so eine Aura auch bei der Werkself. Und deswegen sag ich, die kommen hier mit richtig Feuer. Einer flutscht hinten durch. Sag ich aber auch. Und ich kann mir das sogar noch höher vorstellen. Aber ich geh hier erstmal mit einem 1 zu 4. Schreibt mir gerne auch mal euren Tipp da in die Kommentare. Insider-KI. Lame. 1 zu 2. Und die Redaktion ist mit mir. Hoher Sieg für die Werkself. Bayer Leverkusen siegt hier. 3 zu 0 aus der Redaktion. Spieler für mich. Egal, ob der startet oder nicht. Form nach unten. Trotzdem. Einen Elfer rausgeholt. In Gladbach. Nach Einwechslung. Und gegen RB kam er mir auch zu spät ins Spiel. Terrier hat das gut gemacht. Aber Armin Adli. Top Matchup hier. TSG lässt viel zu. Besonders über die auch neue rechte Seite. Die sich jetzt vielleicht über Ranasch neu formieren wird. Mindestens ein Scorer wird er sammeln. Egal, wie viele Minuten er sieht. Ranasch, falls du startest. Viel Spaß mit Armin. So. Und wir gehen zu SC Freiburg gegen VfL Bochum. Ebenfalls Konferenzspiel. Und ich höre die Tormusik. In Freiburg schon spielen so viel Firepower. Bei allen Offensivspielern der Freiburger. Grüne Pfeile nach oben sich da. Bochum lässt viel zu. Stellt da alles auf, was ihr habt an Freiburgern. Alles rein. Haut die alle auf die Wiese. Ich sag, die verdoppeln hier ihren XG-Wert. Und ich nehme die 40% A2BOLU. Nullwahrscheinlichkeit noch mit. Und Saisonpremiere ja für ihn. Die feiert er. Und die feiert er mit einem Sieg. 3 zu 0 für mich. KI sagt 2 zu 1. Wieder lame. Klar. Redaktion 1 zu 0. Und ich sag, es wird niemals ein 1 zu 0. Mein Spieler kommt hier aus der Abwehrreihe. Das ist Lukas Kübler. Hat schon zwei Kirschen versenkt. Wird Zeit für seinen dritten Treffer. Und der wird ein geiles Spiel machen. Form ist top. Matchup ist top. Lucky Lukas schießt schneller, als Patrick Jürgen Drewes gucken kann. So. VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. XGs sind hier beide ein bisschen mehr über der 1. Ich sehe hier Frankfurter Dribbelmäuse. Und Wolfsburg, da sehe ich absolut gar nichts. Da fühle ich absolute Leere. Maskenmann Grabarab, der währt das ein oder andere Ding rausfischen und den da retten hinten in der VW-Stadt. Ich sag aber, das reicht nicht. Frankfurt durchbricht die XGs hier. 1 zu 2. Eki-Tiki-Torboost. 26 Prozent. Mach es, Junge. Mach es für mich. KI unentschieden. Okay. Mutig. Und Redaktion geht sogar auf Wolfsburg. Wolfsburg edgy. Wir sind hier mal komplett anders. Gefällt mir. Ich sag aber, da liege ich, glaube ich, ganz gut mit der Frankfurter Eintracht. Mein Spieler, klar, heißt natürlich auch Hugo Larsson. Genau. Und Tor gegen Hoffenheim gemacht. Zeigt dann hier so ein... Ja, das zeigt hier so ein A für A. Dann schieße ich doch noch einen rein. Gegen Wolfsburg. Saß bei den Schweden nur auf der Bank und kommt mit doppelter Power und lacht die Wolfsburger alle aus. Das ist mein Call hier. Gladys gegen die Stuggys. Stuttgart. Ich bin Unav- und Demirovic-Besitzer. Kann ich mal an der Stelle enthüllen. Ich fühle aber Störgeräusche. Ich fühle eine Giraffe. Die blende ich euch auch gleich ein. Ich tausche die XGs für mich. Erinnere euch an meinen Team-Check. Was habe ich da gesagt? Dann zu Hause gegen Stuttgart. Ein echter Heimspiel-Klopper. Ich mache hier mal den Hero-Call. Ich sage Sieg gegen Stuttgart. Sechs Punkte dann. Ja, ja, Leute. Hero-Call. Das Video von mir von vor einem Monat. Sechs Punkte wären dann richtig predicted auch. Ich bin confident. Ich beliebe in meine Intuität. Die ist, glaube ich, ganz gut hier. KI beliebt in Stuttgart. Eins zu zwei. Und auch die Redaktion geht hier eins zu zwei. Ich höre es schon. Und dann jubelt ein Tim. Kick-Bass-Guide nennt ihn Small Service. Für mich absolute Giraffen-Time hier in Gladbach. Vorm Arrow-Up. Match-Up. Arrow-Up. Und der Giraffenhals geht auch nach oben. Ich habe hier 2-1 getippt. Doppelpack. Kleindienst. Bitte. Danke. So, wir kommen gleich zum Topspiel. Ehe klatsche ich einmal für die Redaktion. Hier einmal. Haben die gut gemacht, die Jungs. In der Tipp-Tabelle. Der Zwischenstand. Ganz oben. Die Redaktion. Die kam wie Phönix aus der Asche. Ersten Spieltag haben die nämlich verpennt. Und dann kam die Redaktion nämlich schon von mir und sagt, blendet bitte nicht den Zwischenstand ein, lieber Kessem. Und dann habe ich gesagt, okay, Jungs. Ihr habt da wirklich echt schwach performt. Ich gebe euch hier nochmal den Einspieltag Zeit. Und dann, ja. Haben sie da einen rausgerotzt. Wahnsinn. Sind jetzt da ganz oben mit dabei. 13 Punkte notiert. Letzten Spieltag. Wahnsinn. Ich habe 2 mit 16 Punkten. Rott. Und dann Liga-Anzeiter KI. Die muss auch noch ein bisschen üben. Also bei mir die Tipps abzugucken. Das reicht leider nicht. Und dann selber nichts reißen. Also richtiger Clown hier. Legende seht ihr unten. Also nicht mich, sondern den Punkteschlüssel. Und, äh, genau. Volltreffer. 3 Punkte. Differenz 2 und klassisch Tendenz 1. Punkt. Topspiel. Wir gehen mal rüber. Holstein Kiel empfängt den FC Bayern München. Können die Kieler Geschichte wiederholen? Im Pokal damals. Nach 90 Minuten. Was? 2-2. Elfmeterschießen. Wird es am Samstag nicht geben. So viel steht fest. Ich sage, Kiel holt das deutlich. Bayern unsortiert aktuell. Nee, Spaß. Ich sage, äh, 3-1 Bayern. KI. 3-1 Bayern. Auch was sonst. Redaktion dreht ab hier. Für München sogar 4-0, sagen die. Mein Spieler-Pick. Den hat mir Fadi gestern geflüstert. Game Changer am Donnerstag. Hört da mal rein. Link in Shownotes. Michael Olysee. Ohne Axon Degu. Ich nehme es jetzt trotzdem die Aussprache. Den nehme ich hier. Form ist super. Matchup ist super. Kiel lässt über die Außen viel zu bislang. Michael. Belohn dich, Junge. Und knipst dir einen rein, mein Lieber. Sunday Funday Action. Mit dem FC Augsburg. Krasse XGs habe ich hier gesehen. 1,71. Weil Pauli auch einfach so viel zulässt, Mann. Gibt es doch nicht. Also, meine Güte. Die Kitz-Truppe da schon. Do or die Game hier. Die werden alles reinwerfen in die Waagschale. Ich wünsche es braun-weiß. Aber mein Herz schüttelt nur mit dem Kopf. Ich sage, FCA. Too much Firepower. 2,1. KI guckt wieder ab. 2,1. Und die Redaktion 1,1. Nicer Tipp. Sehr, sehr gut. Wenn ich schon nicht auf Pauli tippe, dann nehme ich zumindest meinen Spieler aus Hamburg. Das ist Manolis Saliakas. Brian gestern top analysiert. Also, die Analyse bekommt ihr auch im Game-Changer am Donnerstag. Sneaky Pick-Up. Ganz günstig gerade in allen Manager-Games zu haben. Noch nicht viele Minuten gesehen. Form ist daher auch down. Match-Up ist high. Linke Seite. Giannoulis. Oft zu offensiv. Und da hinten. Alter Schienentrick. Saliakas kann da offensiv, glaube ich, mal durchbrechen. Durchkommen. Und dann wird er da 1, 2 Bälle geil reinspielen. Gerne auch mit dem Torjubel. Würde ich mir wünschen. Gerade auch für ihn. Ja. Wir schließen den Spieltag ab mit den Mainzern. Gegen Bremen geht es. Beides Unentschieden-Könige. Mainz mit Neupaket. Hong am Start. Der wird werbeln. Und Bremen steht defensiv super, super gut. Ich sehe da beide Spiele bisher. Haben sie richtig gut performt. Und gerade Dortmund ist da auch um ein oder andere Mal verzweifelt. Am Ende sogar noch vom Platz geflogen da mit Gelb-Rot. Die haben da nichts gerissen bekommen. Und ich nehme Mainz, wie Bo Henriksen jubelt. Da beim Burkhard-Treffer in Stuttgart. I love it. I love this guy. 2-1 für Mainz. KI. Unentschieden. Mutig. 1-1. Wären dann drei Unentschieden zum Start. Für beide. Wild. Und die Redaktion. Alter. Also die Geier wollen wirklich hier das Tippspiel. Die nehmen das ernst, ne? Da sind viele sitzen, viele Bremer sitzen in der Redaktion. Die gehen hier echt auf Mainz. 2-1 auch da. Okay. Mein Spieler, den habt ihr schon gehört. Das ist Johnny, Boogie, Burkhardt. Form ist top. Bremen lässt nicht viel zu bislang. Deswegen ist das Match-Up ein bisschen kribbelig. Aber Burkhardt hat ein gutes Timing. Hat einen flinken Schuss. Und er zeigt schon in die Bremer Richtung. Ja, ja, Jungs. Einen lasse ich euch da rein zappeln. Nice. Cool. Das war das neue Bundesliga-Buffet. Und wenn ihr noch Bock habt auf mehr Videos. Ihr wollt noch mehr Videos, ne? Ihr wollt auch Premieren sehen. Wir hatten eine Premiere am Dienstag. Game-Changer-Ranking. Hau ich euch hier rein. Und dann hatten wir noch gestern unser Datengold. Neues Datengold. Auch da gerne mal reingucken. Bisschen mehr Statistik-Drive. Und damit bin ich raus. Und wünsche euch einen richtig geilen Spieltag. Mit ganz vielen Toren. Und sage Tschüss. 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 Tschüss.